Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von DayZ, diesmal im Hauptmenü des Spiels, beziehungsweise im Netzwerkspielübersicht. Und zwar, ich mache jetzt gerade die Ankündigung wegen dem Server, den ich ja schon lange angekündigt habe, und zwar werde ich jetzt ab sofort nur auf tscherneros.de spielen, das ist eine kleine Gruppe, die sich seit zwei Wochen zusammengefunden hat und schon richtig viele Leute hat. Auf diesem Server werde ich auf jeden Fall jetzt öfter spielen, beziehungsweise fast nur noch spielen, denn die Ping-Anzahl und die Spielanzahl ist eigentlich perfekt für ein Let's Play, sind immer up to date und haben auch für jeden etwas dabei. Also wir sehen ja gerade drei Server hier. Der 191er, das ist ein deutscher Server mit minus drei Stunden, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, die Stunden werden um drei Stunden reduziert. Dann werden die Spielernamen angezeigt und dann möchte man mit der Waffe auf die Spieler ziehen, dann seht ihr dann XY oder so. Dann gibt es den Server 190, das ist ein minus sechs Stunden Server, das heißt sechs Stunden werden abgezogen und die Spielernamen werden nicht angezeigt. Das heißt, es ist schon ein bisschen härter, jetzt sieht man ja auch 191 regularer Schwierigkeitsgrad und veteranisch ein bisschen härter. Und dann haben wir noch einen US-Server, das ist vielleicht für die Leute gut gedacht, die mal gerne nachts spielen wollen oder nachts spielen können, also gegen Abend. Das sind die deutschen Server meistens schon im Dunkeln und die 163er US-Server von Tscherneros, der ist halt dafür da, dass die Leute auch im Dunkeln im Tagmodus spielen können, dass man nicht ständig die Zeiten ändern muss. Also für jeden ist etwas dabei und deswegen starten wir einfach mal mit den, wenn ich nimmer den mache, nehmen wir mal den 190er. Was ich noch zeigen möchte vielleicht, ist der Filter, so sieht es bei mir aus ungefähr, gibt einfach bei Tscherneros.de ein. Ich werde die Seite auch nochmal im Forum, ähm, Forum sag ich schon, in der Beschreibung verlinken. Dann kommt ihr auf ein Forum, da könnt ihr euch registrieren und dann könnt ihr mit mir dann irgendwann mal spielen, wenn ihr wollt. Können wir uns auf jeden Fall besser unterhalten als über YouTube. Das geht alles, einfach mal gucken, werde ich alles verlinken in der Bildbeschreibung. So, starten wir einfach mal durch mit dem Veteranen. Jetzt auch mit 1.7.2, wie man schon gesehen hat. Es sollen ja viele, viele Neuerungen kommen. Und, ähm, bin ich sehr gespannt, was am Ende dann noch rausgekommen ist. Der Debugmonitor sieht wieder ein bisschen anders aus. Und, ähm, ja, einfach mal gucken. Das Headset ist immer noch nicht da. Das habe ich ja jetzt schon im letzten Video, glaube ich, erwähnt, in dem Tutorial mit dem Fahrzeug. Äh, ich mache das Ganze gerade über, ja, auch wenn es komisch klingt, über das iPhone, ähm. Das heißt, ich habe ein Headset dran gemacht, nehme das Ganze über Sprachmemos auf, übertrage das dann via iTunes auf dem PC, wandle das in MP3 um und füge es dann in den Sony Vegas, äh, Editor ein. Ganz schön kompliziert, aber, äh, ich habe keinen Bock, jetzt noch länger zu warten. Also, eine Woche ist schon vergangen und, äh, das ist mir einfach zu lange, die ich jetzt hier, äh, zu lange Wartezeit, die ich jetzt hier verbringen muss. Und, äh, nur Miniseries, wo ich jetzt hier, ähm, nichts kommentiere. Einfach nur die AMA, äh, Atmosphäre zeige ich es auch ein bisschen doof. Deswegen starten wir einfach mal durch. Ähm, wenn das Spiel mal laden würde. Der Admin von Generous.de und auch noch ein paar Kumpels oder so, also die ganzen, die das anser auf die Beine gestellt haben, die sind halt sehr nett, äh, bin mit denen auch sehr gut befreundet, äh, sind sehr sympathische Typen. Also, wer mal wirklich mit mir, ähm, ja, oder mit mir mal zusammen abhängen möchte auf den Servern, der sollte dann auf Generous gehen, denn andere Server werde ich jetzt wahrscheinlich nicht nutzen, weil alle anderen Server, die sind, also entweder, äh, sind sie, äh, nicht up-to-date, das heißt, sie haben noch eine ältere Version, oder sie sind halt, ähm, ja, entweder total verbuggt, das heißt, dass das Ding alle fünf Minuten abstürzt oder, äh, zu hoher Ping oder maximale Spielanzahl ist zu groß oder ich weiß nicht, also, es ist halt ein bisschen komisch, deswegen bleibe ich jetzt auf Generous erstmal eine ganze Weile. Und ihr seht, beziehungsweise, äh, könntet vielleicht erkannt haben, der gute Viper ist ja gar nicht mehr da, wo er letztes Mal war. Ja, das liegt daran, dass ich eigentlich schon letztes Mal, sozusagen so von einer Woche, oder war es eine Woche, ja, so ein paar Tage, äh, zurückliegend, äh, wollte ich einmal das aufnehmen, aber das hat nicht so ganz funktioniert, also, ich hab zwar 15 Minuten aufgenommen, ich bin dann quer durch, äh, den Waldtier gerannt, hab dann nach Tieren gesucht, und so, ähm, das hat auch funktioniert, also, und hier hab ich gefunden, aber, was ich nicht gefunden habe, ist, ähm, beziehungsweise, was am Ende nicht funktioniert hat, ist, dass, äh, ja, die Sprache nicht aufgenommen hat, obwohl ich's eigentlich, äh, mit aufgenommen habe, also, das heißt, sie war ein bisschen verpackt, und auch beim Umwandeln, beim Rendern, äh, war die Sprache nicht da, da war überhaupt kein Ton mehr da, und der ganze Ton war irgendwie nicht mehr da, deswegen hab ich sie dann gelöscht, aber es ist nicht viel passiert, außer, dass wir ein bisschen glaubend sind, dann hier vorne, wenn wir noch gleich wahrscheinlich wieder die ersten Zombies antreffen, äh, da liegt, glaub ich, schon ein Tod, da bin ich mich recht im Sinne, ist das ein Baumstumpf, ach egal, jedenfalls, ähm, hab ich dann hier so vorne zwei Polizisten-Zombies getroffen und einen Soldaten, das weißt ja immer drauf, wenn das hier ein Hochsitz ist, da hab ich aber gedacht, gut, läufst Richtung, äh, Süden, oder ist das Süden, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, also, Himmelsrichtung ist grad, sieht mich schlecht, was sagt die Uhr, ah, okay, im frühen Morgengrauen, deswegen hab ich mir gedacht, ähm, geh ich einfach mal, äh, ein bisschen nördlich, oder auch nicht südlich, keine Ahnung, was das war, ich glaube, südlich müsste es gewesen sein, äh, damit ich dann diesen, dann diesen Hochsitzer wieder finde, deswegen dachte ich mir, das war eine gute Position zum Auslocken, ich hab jetzt gar keinen Timer gestellt, also ich weiß, wie lange ich aufnehme, aber das soll jetzt erstmal für die erste Reboot-Folge, so will ich sie jetzt wahrscheinlich etwas mal lauten, sag ich das jetzt hier mit dem, ja, etwas eigenartigen Equipment hier aufnehme, nennen, und da unten ist schon der erste, das ist der Datensombie, die muss hier mehr aushalten, als der Rest wegen Schutzwürste, so, da ist noch einer, müssen ein bisschen aufpassen, weil hier ist ziemlich dooster, und ich sehe schon, ähm, die Debug-Anzeige, dieser Visual-Modus unten, ah, okay, also ich denke mal, das soll wahrscheinlich so bedeuten, dass dieser Visual unter meinem Namen, rechts im Debug-Monitor, äh, wahrscheinlich die Sichtbarkeit allgemein sein, also jetzt bin ich 69% sichtbar, und jetzt nur so 16, ah, ist nicht schlecht, und was mir vielleicht noch aufgefallen ist, die Tombi-Anzahl, ja, ähm, die wurde jetzt erhöht, und die Spielanzahl wurde, glaub ich, auch verdoppelt, weil der, ähm, Entwickler irgendwie einen Trick herausgefunden hat, wie man das Ganze ein bisschen optimieren kann, von den ganzen, äh, Attributen her. Uh, eine Remington mit einer Taschenlampe, hm, das ist nicht schlecht. Ich hab hier eine M9 noch in der Hand, also viel ist nicht passiert, außer dass ich vielleicht noch einmal ein bisschen Fleisch dazu bekommen hab, aber mehr auch nicht. Das Verband kann ich dann da lassen, Knicklichter hätte ich, glaub ich, noch. Trinken hab ich genug, ähm, ja, das ist natürlich die Frage, nehm ich jetzt die Remington mit, wobei das Gute dran ist ja, ich kann ja die Axt, ähm, ja, meinen Tool-Slot stecken, und kann ja die Remington aufnehmen, aber, die Remington, ja, natürlich. Schauen wir mal, wie viele Schuss haben die? Zwei, acht Kugeln, wie zum Beispiel Grounds. Ähm, tja, nehm ich das jetzt oder nicht? Das ist eine gute Frage. Tja, die Axt würde ich gerne lieber in Nahkampf behalten, aber, dann mach ich's am besten so, lass ich einmal hier, ähm, ich hab ja eigentlich genug Trinken dabei, ne. Dann werd ich wahrscheinlich Verbände jetzt erstmal raus mal, oder beziehungsweise mal mit mal. Sondern so einfach. Das Verband Kistchen nehmen wir raus und machen's hier ins Waffenslot rein. Da sparen wir erstmal Platz. Und, äh, wie viel Slots sind denn diese Remington mit? Ich möchte ja gerne doch mitnehmen, die Pumpgun. Die ist nicht schlecht für so einen Nahkampf, das ist, aber die ist natürlich, äh, laut, ne. Und die hat auch ne Taschenlampe dran, aber ne Taschenlampe hab ich auch, aber, ja, ich sag einfach, ich nehm diese einfach mit. Fertig aus hier. Dann mach ich die Blutkonserve weg. Wir haben ja zwei, das funktioniert ja nicht wirklich, ne, mit selbst, ne. Da brauch ich nen Kumpel dafür. Das wusste ich vorher nicht, aber ich dachte mal, es wurde mal angekündigt, dass das irgendwie geändert werden soll. Aber wahrscheinlich dann doch nicht. Ähm, ja, ich nehm's einfach mal mit. Oh, fuck. Was? Oh Gott. Schnell noch die Kugeln aufnehmen. Wo ist er denn? Ah, das sieht doch nicht schlecht aus, würde ich sagen. In der Taschenlampe noch dran. Laut wird sie bestimmt sehr, sehr sein, also die können's ja mal testen. Ist ja dahinter gewesen, der kleine Wicht. Auf die Entfernung werde ich wahrscheinlich nicht treffen, aber... Ah. Okay, also so laut wird sie wahrscheinlich doch nicht sein. Wahrscheinlich so ne Lautstärke von der Winchester. Ja, kann man eigentlich lassen, würde ich sagen, oder? Die Entfernung trifft ja eigentlich auch ganz gut. Ich dachte, es wäre ein Pumpgunshotgun. Moment, da stand da nicht eben was mit 12-Kaliber-Munition. Okay, gut, Kaliber 12, dann ist okay. Dann weiß ich, warum die auf Entfernung trifft. Dann, ähm, hat sie das erledigt. So, aber die Achse haben wir dann noch als Nebenwaffe, die Knicklichter, ja, die würde ich gerne mitnehmen. Einfach dafür, weil ich nächste Woche dann dieses Special-Star, wenn ihr das schon lange groß angekündigt habt, dieses Nacht-Gameplay. Okay, da ich nämlich genug Zeit habe. Dann das ganze Abitur-Zeug hier mit Fisten und Feiern und was weiß ich noch, das kommt jetzt wieder die Woche. Denn mit dem Tab habe ich dann noch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen mache ich das dann, das Nacht-Gameplay. Ja, und dieser Woche. Mit ein paar, ähm, ja, Kumpels von mir. Zum Beispiel den Xato, wer die nicht kennt. Den Ambrukor, denke ich mal, den kriege ich noch irgendwie dazu. Und viele, viele mehr. Einfach mal gucken, wer jetzt hier alles noch Zeit hat. Und wer noch nachts online bleiben möchte. Doch, die ist eigentlich ganz gut, die Waffe hier. Die dunkle Wald. Ja, ähm, wir bleiben unserem Domotto trotzdem treu, dass wir hier einen auf Survival machen und nicht mehr jetzt hier, wie ich es gerade gemacht habe, rumknallen. Nur im Notfall. Außer dem Testen war das jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde es gut, dass dieser visuale Modus da, dieses 66, was es ist, hier das noch eine Sichtbarkeit. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. So. Von standard da, wir sind in der Nähe von Grünberg. Das heißt, wir sind hier irgendwo in der Nähe dieses Funkturms. Wo wir mal runtergefallen sind. Irgendwie. Hm, müssen wir mal gucken, wo wir es jetzt hier am besten verkriechen. Also Frameanzahl technisch, ach, hier ist er schon. Die Technikanzahl, also von der Techniker, von dem Server von Generous, muss ich sagen, läuft rund. Ich bin gerade bei 40 FPS. Hat nicht jeder Server. Ist eigentlich, äh, annehmbar. Kann man lassen. Für einen Server mit vielen, vielen Slots und vor allem auch mit den ganzen Zombie-KIs, ist das schon sehr, sehr fabelhaft. So kann man lassen. So, das fragen mich natürlich, soll ich jetzt da hoch oder soll ich vielleicht jetzt ein bisschen hier patrouillieren, dass ich dann wieder zurück zu diesem Hochsitz komme, dass ich da wieder die Sachen, die da nachgespawnt sind, einsammeln kann. Vielleicht kriege ich dann auch ein bisschen Munition oder so. Ja, bis jetzt habe ich, ähm, ja, geht auch nicht noch. Was man vielleicht noch sagen könnte, was in Patchnotes drin steht, ist das Wichtigste. Was ich jetzt für mich wichtig empfinden würde, ist halt, was ich schon erwähnt habe mit der Zombie-Anzahl. Das, äh, dass die umstoppelt erhöht wurde, dass trotzdem die Frames, äh, konstant stabil laufen. Ähm, dann die Spielanzahl wurde zur Hälfte erhöht. Wie gesagt, der hat irgendwie einen Trick gefunden, dass man das Ganze mit ihnen optimieren kann, dieses System. Ähm, dann, dass die Zombies, beziehungsweise die Infizierten, nicht mehr eindeutig Objekte hören können. Das würde um 50% verringern. Das heißt, wenn ich das in der Maul stehen würde, dann würde er jetzt, so wie jetzt hier, so ein bisschen rennen, ein bisschen laufen. Dann würde der Zombie das nicht mitkriegen. Das heißt, äh, wie es damals war, wo ich jetzt wieso geertet habe in dieser, dieser Fail-Folge da, wo der Zombie mich dann durch zwei Häuser mitbekommen hat, äh, das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Das ist jetzt, äh, für immer und ewig Geschichte. Das freut mich sehr. Ich finde, da kann man im Start schon mal ein bisschen mehr Tempo machen. Ähm, dann, Zombies können die Beine nicht mehr so schnell brechen, wie es bei mir der Folge war, dass der mich an der Treffe da mal eben umgehauen hat und die Beine gebrochen hat. Ähm, das wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell geben. Das wird jetzt auch behoben. Und dann halt, dass Fahrzeuge bzw. Tiere nicht mehr so schnell verschwinden. Also Fahrzeuge verschwinden nach 24 Stunden nicht mehr benutzt. Ähm, und Tier-Kadaver, die man jetzt abgeschossen hat, die verschwinden nach mehr als zwei Minuten und nicht mehr nach 20 Sekunden oder so. Ja, ist halt alles, äh, sehr gut geregelt, denke ich mal. Ist eine gute Möglichkeit. Und ich guck halt mal, ob ich vielleicht noch einen Hochsitz finde. Wenn nur einer ist, könnten noch mehrere sein. Doch, ich muss sagen, der Server läuft wirklich sehr, sehr stabil. Dafür, dass jetzt gerade 407 totale, also maximale Zombies auf dem Server sind auf der Karte und Karte. Ähm, läuft das Ganze eigentlich sehr, sehr stabil. Und ich sehe gerade, der Swag Fabi. Ich weiß nicht, ob das der Fabi ist, mit dem ich mich unterhalten habe. Der mir das Ganze hier vorgeschlagen hat, ob ich mal auf diesem Server spielen möchte bei ihnen. Und das Ganze ein bisschen, äh, ein bisschen, ja, anheben möchte. Weil es ist halt eine Gruppe und Gemeinschaft, die wollen halt nicht auf PvP gehen. Die wollen ein bisschen mehr auf, äh, Teamwork gehen. Die suchen halt. Auf diesem Forum werden halt Gruppen zusammengesucht. So, so, der Spielgruppen, die sagen so, ja, wir treffen uns da und da, um die zu halten. Und gehen halt dann alle nach Priegerotki, nach Buster, nach Grünaberg, ich weiß nicht wohin. Und das Ganze ist dann halt so ein bisschen wie RPG-mäßig. Nicht so, jetzt hier, ich schieße euch alle ab und dann habt ihr Pech. Sondern, na gut, das wird es auch noch geben, aber das meiste wird wahrscheinlich dann die Leute aus dem Forum sein. Die dann aktiv spielen, so wie ich jetzt hier. Die werden dann hier ein bisschen mehr auf Gruppe gehen, jetzt ein bisschen auf Teamarbeit. Und ich denke mal, das ist eine coole Sache. Auch für die Leute, die zum Beispiel bei mir immer gucken und sagen, die sich immer genervt fühlen, dass wir ständig abgeschossen werden, entscheuen oder wissen, was ich meine. Das wird es dann wahrscheinlich hier etwas weniger geben. Aber 100% nicht, bin ich mir da nicht sicher. Ich dachte, hier hat eine Trinkflasche. Das ist natürlich doof.